XOVIS XOVIS – Schweizer Präzision misst Personenflüsse weltweit. Die XOVIS AG hat sich seit ihrer Gründung 2008 zu einem der globalen Marktführer für Personenflussmanagement entwickelt. Weltweit stehen in Flughäfen, im Einzelhandel, im Transportbereich und in Gebäuden 300.000 Sensoren von XOVIS im Einsatz. Ihre hochpräzisen Sensoren erfassen und analysieren Personenflüsse in Echtzeit. So können Flughäfen die Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle bestimmen und reduzieren. Der Einzelhandel kann sein Personal derart planen und einsetzen, dass Kunden sich zu jeder Zeit bestmöglich betreut fühlen. Bahnbetreiber können die Anzahl Fahrgäste, Fahrräder, Kinderwägen und Rollstühle genau bestimmen und so ihre Flotte optimieren. Da keine persönlichen Daten gespeichert werden oder den Sensor verlassen, wird der Schutz der Privatsphäre vollumfänglich sichergestellt. Obwohl der überwiegende Teil der 140 Mitarbeitenden am Hauptsitz in Zollikofen tätig ist, generiert XOVIS 95% seines Jahresumsatzes von mehr als 30 Millionen Franken im Ausland. Die XOVIS AG hat die pandemiebedingte Krise im Hauptgeschäftsfeld genutzt, um sich zu diversifizieren. Gepaart mit einer starken Kundenorientierung, Spitzenqualität sowie skalierbaren Angeboten führt dies zu einem bemerkenswerten Exportwachstum. Mutzung des Zollikofenらい Ton mã in 1,5-1-8 gemacht wird des Zollikofenrei Stuttgart mit einer Späte auf dem kursie.